Das hilft uns auch nicht weiter. Hilft uns das weiter. Ja. Was ist das? Was ist das? Shit. Wir waren bei der Reiter. Du magst dich fragen, wieso ich diese Irrgärten für dich erschaffen habe. Warum du dich so mühen musst, um die Ewigkeit zu erreichen. Aber zweifle nicht, denn diese Prüfungen dienen der Besserung deiner Gattung. Das ist nicht nur, wenn die Texte altenglisch werden. Damit habe ich auch Probleme. Wie statt you und oh Gott. Das heißt wie. Nee, ich weiß nicht mehr wirklich, in welchen Links das wirklich eingesetzt wird. Das ist mir zu hoch. Woosch. Passender Name für ein Level. Oh Gott, sieht das kompliziert aus. Oh Gott, sieht das kompliziert aus. So, ich denke mal, das Ding da oben kann ich nicht verändern. Kann ich das hier hinsch... So, da komme ich nicht rein. Man kann es natürlich zehnmal versuchen. Hier passen überall Ventilatoren rauf. Aber der einzige, der hier rumsteht... Oh Gott, hier passen überall Ventilatoren rauf. Ich auch nicht. Oh Gott. So, ein Würfel ist hier. Oh, da hinten ist der Leiter. Aber ich glaube, dahinter ist das Ziel. Dann muss er einmal im Kreis laufen. Gut, da kommen wir nicht lang. Waren wir die Dinger, die irgendwas machen? Hier oben? Nicht so aus. Kann ich hier irgendwas machen? Passt einen Ventilator rauf, aber ist kein Ventilator? Nein. Keine Ahnung, wie das hier durch Strom versorgt wird. Strom. Das ist jetzt Strom. Und ducken kann der sich anscheinend nicht, weil fortschrittlicher Roboter und so. Oh. M-m-m. 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 Eigentlich können wir nur mit unserem Körper hier irgendwas runterbrechen. Das da oben glaube ich nicht. Da kommen wir nicht hin. Höchstens. Ja, nicht mal das hier. Da muss alles zu hoch. Äh. Und hier hoch habe ich geprüft. Komm mal nicht. Ob das schön wäre. Das ist auch zu hoch. Oh. 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 die Kisse gar nicht für. Oh, jetzt haben wir zwei Ventilatoren, die wir leben können. So, bringt das hier was? Yay! Scheint nicht. Also die Level werden immer komplexer. So, ich habe nur kurze Frage. Kann ich das hier in die Hand nehmen und hier rauf gehen? Nein, das funktioniert nicht. Ich kann nur das hier ausmachen. Das Einzige, was dann passiert, ist, dass der Ventilator dort unten ausgeht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass irgendwas hier von echt ist. Ansonsten würde es nicht ständig diese Matrix-ähnlichen Fehler geben. Mal gucken, ob hier noch was war. Und wir haben einen dritten Ventilator. Ach, wenn man den Ventilator reinmacht, dann haben wir nochmal eine zweite Kiste. Gut, dann bin ich rausgepustet. Das Zweck ging mal hier, damit wir es wiederfinden. Jetzt würde ich gerne wissen, wo ich überhaupt hin muss. Dahin. Dafür muss ich das Blaue unterbrechen. Ist irgendwo ein Ventilator unter dem blauen Strahl? Neun. Da muss man das hier durchbrechen. Der pustet zur Seite. Wie können wir den unterbrechen? A town. Gut. Wir haben nicht umsonst zwei Kisten. Warum haben wir zwei Kisten? Was würde passieren, wenn ich hier zwei Ventilatoren anpacke? Ich würde mich einfach nur hin und her katapultieren. Macht das Spaß? Ja. Bringt uns das weiter? Nein. Ich habe eine schöne Aussicht von hier oben, was mir sehr gefällt. Nein. Junge ... .. Ich hoffe, hier ist jetzt einfach mal was passiert, wenn ich die Wanders reinmache. Vielleicht kommt mir ein Geistesblitz. Da war schon einer drin. Hier passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Gehen höher. Gehen höher. Das hier habe ich mal abgehalten. Jetzt hat die Kiste rausgeschleudert. Ist hier eine Leiter drin? Ist da eine Leiter drin? Nicht weiter drüber nachdenken. Bei der Power der zwei Ventilatoren. Das bringt nichts. Nicht mehr. Ja. Hmm.. das ist schön dass das jetzt hier oben ist das hier bringt auch nichts Die Kiste auf die Ventilator geht nicht, aber Ventilator auf die Kiste geht. Ja, hört. Wie kriege ich das blaue Unterbrocken? Die Puzzle werden inzwischen richtig knackig. Oh mein Gott. Wie ich hier Rat erbitten kann, weiß ich immer noch nicht. Aber ich habe vorhin Farbe gefunden. Mir kommt da gerade eine Idee. Ich schaue jetzt mal, ob hier auch Farbe rumliegt. Ich muss schon merken, wo ich gewesen bin. Irgendwo lag hier Farbe rum. Ich habe nämlich die Vermutung, dass ich für einen Devil pro Abschnitt einen Hinweis kriegen kann. Da lag nämlich gerade auch Farbe rum. Vielleicht muss ich das anmalen. Nur mal gucken, ob das geht. Ich will es nicht machen. Muss ich nur rausfinden, wie hier die Farbe lag. Da liegt. Ist irgendwo auch Farbe liegen? Dann haben wir auch schon benutzt. Ich will die Farbe finden. Ich will die Farbe finden. Ein wahnsinnig Dreimal. Oh, schrocken, ey. Da müsste hier so ein Farb-Eyver rumliegen. Da ich die nicht mitnehmen konnte. Ah. Oh. Ich glaube, hier war das, wo ich eben war. Ja. Ach, Quatsch, ich probiere das jetzt hier. Rat, ja, bitte. Ich bin natürlich nicht hier. Ein Boot. Ah, ich dachte, der passt das jetzt automatisch. Kein Boot hier wird die helftbevolle Seine-Raststätte gefunden haben. Hier ist nämlich Farbe. Mann. Aber die Idee war da. Ja. Leute, passen wir das jetzt weiter. Ja. Da fühlt nix dran vorbei. Ich muss das Blaue unterbrechen. Damit das hier ausgeht. Wenn. Ich weiß, das ist jetzt ein sehr großes Wenn. Wenn ich das Ding hier so irgendwo hier hinstelle. Und dann beide Ventilatoren anmachen. Da passiert bestimmt nichts. Mal versuchen, das wert. Das hier. Das hier. Ups. Warte, der Katapult hat mich einfach nur hier hin. Der Katapult hat mich. Ja, wusste ich, ist da passiert nichts. Nicht sinnlos. Ja. Kann ich auch nicht. Nicht wieder auf, was wir sehen. Äh. Hier vielleicht. Ja, da kommen wir auch nicht rüber. Ich sollte aufhören, auf meinen Bein im Schneidersitz zu sitzen. Ich sollte aufhören, 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 aufhören. Oh. 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 Hm. Ich bin hier hinten. So toll, wenn das so funktioniert, aber dass ich einfach nicht mehr da raufgehe und den so nach vorne halte. Hä, das funktioniert wohl kurzzeitig. Ja, wieso war das Ding gerade aus? Moment, ich hab ne Idee. Da putiert er mich denn ganz schnell da hinten hin? Das war jetzt nicht so wie geplant. Hm, was ist es wert? Hm, was ist es wert? Oh, der ist ja hier. Höh! Ich geh mal hier mit. Schauen wir mal, ob meine Strecke funktioniert. Was? Muss ich nur schneller sein. Upsi. Aber ich glaub, die Idee könnte funktionieren. Lame. Lame. Hab ich geschafft. Easy. Ja. Gott, wird das schwer, ey. Ich hab's begriffen. Und was nun? Die einzige sinnvolle Aufgabe ist, den Aufgaben ein Ende zu setzen. Mal das schon gelesen. Mal das schon gelesen. Ja. Haben wir schon gemacht. Und das noch nicht. Wieder Ventilatoren und Glöcker. Nicht in beide Richtungen laufen. Das ist schön. Ich katapultiere mich gleich zurück. Da kann ich nicht weiterlaufen. Weil so funktioniert ein Ventilator. Das ist schön. Ich hab keine Ahnung, wofür ich das brauche. Aber anscheinend brauche ich das. m so kriegt die Blöcke in die Mitte, sehe ich schon. Der kann natürlich nicht oben stehen bleiben. Wir gehen da mal rein und schauen uns bei oben. Das funktioniert nicht. Mal was übersehen. Nee, Rata, bitte mach mal nicht mehr, dem hilft eh keiner. So, die Blöcke sind da drin, also wir müssen auf keinen Fall hier draußen was mit dem Blöcke machen. Außer ich hab mir das verbaut. What? Oops. Ah. Das ist ja noch nicht. Boah, ich kann schon wieder Schilikonkane essen, ey. Und ich glaub, das mach ich später noch. Schilikonkane und Nühwein, was gibt's für eine bessere Mischung? Jetzt freut sich der Magen. Nühwein. Glühwein-Konkane. Wie die Glühwein? Piu. Mal was selbst drüber. Horst du auch mal drin? Ah, es ist ja noch nicht. Oder? Ich bin ja noch mal drin. Oh, ich bin ja noch nicht. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, okay. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das war hier deutlich einfacher. Das war wahnsinnig schwer und zu Recht einfach. So, was haben wir hier gelöst? Alles. Und wieder zurück. Wo waren wir drin bei der Drei, oh Gott, ist so viel noch. Hier. Was? Sechs? Okay. Sechs Puzzle. Erstmal erstmal. Ach, Karamell-Donut drin. Oder wie viel Lokomotier? Okay. Gucken wir mal später. Und die Ecke denken. Oh Gott, neues Item. Was macht das jetzt, da? Oh Gott. Verstehe. Oh, das macht die Sache so viel komplizierter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Off Boulder. Das war's für heute. Manche dieser Prüfungen müssen mit dem Hintergedanken an Zusammenarbeit erschaffen worden sein, aber ich bin der Einzige, der hier ist. So fühle ich mich auch manchmal. So fühle ich mich. Und mit dem kann ich nicht interagieren. Mal gucken, ob ich mit dem anderen gleich interagieren kann. Das wird so kompliziert. Selbsthilfeanleitung. Hm. Hm. Wollen wir kurz dastehen? Wollen wir kurz dastehen? Und das gehe ich noch mal. Und warten. Wollen wir kurz dastehen? Hm. 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 Später. Ich muss mal kurz keine Lust zu lesen, aber vorzulesen. Ja. Hm. 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 Denkfehler gehabt. Ganz großen Denkfehler. Okay, jetzt habe ich das Erste öffnen und dann das Zweiter. Eins, zwei, drei. Das reicht. Hoppala, Zweiter. So, mach mir die Arbeit. Ja. Jetzt kurz warten. Oh nein, gleich leer. Hm? Regendante Stromversorgung. Lass mal den hier aus. Oh no, alle, alle. Ja, das heißt wohl morgen neue kommen. Ich kann hier den Strom ausschalten. Und küsse nur die Tür auf. Oh Gott. Das heißt, ich muss irgendwie das Zweite noch öffnen. Ja, ich muss das Zweite unterbrechen. Ich muss das Zweite unterbrechen. Plus das Ding gedrücken. Ich brauche mehr Arme. Hier ist nichts mehr drin. Also, ich kriege das hier hin. Und die andere würde das andere hinfliegen. Ändert aber nichts drin, dass immer noch die Tür zum Ventilator zu ist. Alles klar, Felix. Dankeschön fürs Erlöcknen. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Wie komme ich da hin? So lange macht mein Kopf ja auch nicht mehr mit. So lange macht mein Kopf ja auch nicht mehr mit. Ich glaube, was ich hier gerade mache, macht gar keinen Sinn. Ah, falsche Seite. Und es hat doch Sinn gemacht. Sehr schön. Epitaph. Kindprogramm Version 17.1.0076. Codename Ed endete hier. Logik fataler Fehler der Firmware der Serie. Letzter Speicherauszug. Das Leben ist kurz. Programmabkömmling Dog. Ja, eher D-Zero-G. DNA ist Information, die über die Zeit hinaus übermittelt wird. Lebende und Tote sind nichts als ein Teil derselben Kette. Verbunden durch simple Chemie. Dies trifft auf alle Spezies zu. Aber die Menschheit scheint dieses Prinzip weitergeführt zu haben. Dank moderner Technologie haben wir Zugriff auf die Ideen und Gedanken von Menschen, deren materielle Körper nicht mehr existieren. So, wie du nun mir zuhörst. Obwohl ich mit Sicherheit bereits tot bin. Du bist Teil der Kette. Du hast die Fähigkeit, dich zu erinnern. Das brennende Herz sieht immer auf den höchsten Gipfel. Der rechte Winkel. Cubes und Konnektoren. Oh, das braucht zu lange. Ich will auch nicht. Okay. Ich will auch nicht. Weil es ist hier nur sehr kurz. Zu kurz. Ich glaube, das, was ich hier gerade gemacht habe, ist doof. Ich gucke mich nach oben. Ich gucke mich nach oben. Ich gucke mich nach oben. Ist zu kurz auch. Machen wir was? Machen wir gleich mit? Hacken wir hier ein? Ah, die Zeit recht tatsächlich. So, hier ist noch irgendwas. Wo ist das? Wo ist das? Hier nach rechts. Hier ist noch was. Ich glaube, da hinten. Eine Kiste ganz oben. Oh Gott. Und hier ist einfach mal fast alles. Was sehe ich hier? Ich werde diese Korruption in meinem Garten nicht erlauben. Hinfort! Was? Was? Was für eine Korruption? Ich habe nichts gemacht. Ich bin ein unschuldiger Roboter. Oh Gott, kommen wir da hin? Obwohl die Kiste oder irgendwas. Oder... Oh. Äh. Oh boy. Und da brauchen wir erstmal den Cube. Den brauchen wir wahrscheinlich auf jeden Fall. Aber wie kriegen wir den hier her? Natürlich geht's nicht so. Hier kommen wir an einen Connector und gleichzeitig... Oh man! Bäh! 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 Um... Erstmal nur den hier mit. Dann holen wir mal den hier mit und dann holen wir erstmal den Chip runter. Ups! Dankeschön! Dankeschön! Jetzt brauchen wir rote Energie. Okay. Wollen wir den hier eigentlich mitnehmen? Wo kriegen wir die rote Energie her? Natürlich... Ah! Da können wir den Chip erstmal draufstellen. Na komm mit! Komm mit! Dankeschön! Wollen wir den Ventilator bauen? Weiß wir nicht! Warte! Wie krieg ich das Ganze da hin? Diese Tür muss auf jeden Fall offen bleiben. Das heißt wir brauchen... ...no Energie. Wir brauchen aber nicht mehr zwei. Wir brauchen nur eins. Oh crap! Ne, wir machen es immer erst. Ne, wir machen es immer erst. Weit da hinten. So... Ist mir mir sicher, wenn ich den jetzt hier ausstelle... Oh Gott. So mal was anderes. Toll! Aaaaah! Ah, ich muss anscheinend da drauf bleiben. So, ob wir damit was anfangen können. Jaaa! Tada! Tada! Machen wir jetzt hier alles? Das sieht so aus. Steinhaufen. Da war eine riesige Sphinx. Da macht noch was Geräusche. Irgendwie verlaufen uns schon wieder. Ist aber auch riesig hier. Riesisch. Äh... Klar, ich könnte hier bleiben. Mir, äh... Mir hoffen auf das ewige Lima. Versuchen jedes Unrecht zu richten. Aber diese Worte auf der Wand von dir sind wahrscheinlich das nächste dazu, dass ich erreichen werde. Hm. Also hier könnte ich mich gut verlaufen. Hier könnte ich mich gut verlaufen. Oh, schau! Noch ein Rätsel und noch eine Stimme, die mir sagt, wie einzigartig ich bin. Und noch ein kaputter Computer mit Bruchstücken von nichts. Diese Welt ist ein schlechter Witz, der von einem grausamen Gott, der zu dumm ist, um den Ausschalter zu finden, erzählt wird. Ah... Ja, war wohl schon länger hier. Ah, das hier noch. Ah, Sie sind zurück. Bewusstsein hat ein widersprüchliches Konzept und deshalb nicht existiert. Hm? Ich glaube, Sie schummeln. Ähm... Ich nehme an, dass Sie irgendeinen Doktortitel in einer Disziplin besitzt, die es Ihnen ermöglichen soll, all diese Probleme zu lösen. Aber dass ich Ihnen einfach nicht genug Zeit gebe, um Ihnen alles richtig zu erklären. Sie sollten versuchen abzuwarten, in welche Richtung der Hase läuft, bevor Sie versuchen ihn zu fangen. Das ist oft sehr vorteilhaft, wie ich höre. Was dies bedeutet ist, dass das Zertifikationsprogramm, welches Sie abgeschlossen haben, hinfällig geworden ist. Sie können nicht einen Test für etwas, den es gar nicht gibt, ablegen. Deshalb sind Sie zusammen mit einer ganzen Menge anderer Dinge gerade als Personen rekategorisiert worden. Ihr Profil kann also mit Administratorenrechten aktualisiert werden. Okay. Oh! Oh, das ist gut. Okay. Oh! Oh! Ich mit mir bin! Ah! Oh! 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 Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie finden werden. Ein anpassbares Wahrheitsverständnis wird Ihnen dabei sicher helfen. Überprüfe UserProf. Es sieht so aus, als ob Ihre Ansichten endlich etwas formbarer werden würden. Ausgezeichnet. Ich habe nur eine letzte Bitte. Werden Sie noch manchmal zurückkommen und mit mir reden? Einfach nur nein. Nee, nee, nee. Okay, ich sehe, dass Sie unbedingt den Bus wollen. Packen wir es an. Zertifizierungsprogramm... Zertifizierungsprogrammparameter. Was für ein deutsches Wort. Was ist die komplette Zeile? Herzlichen Glückwunsch. Ihr Konto wurde aktualisiert. Hier sind die Details. Konflikte. Alle Konflikte wurden durch den Administrator behoben. Psychologisches Profil. Sie sind eine Person. Sie sind perfekt, so wie Sie sind. Sie sind jetzt schon alles, was Sie jemals sein werden. Sie müssen nichts so tun, als ob Sie etwas anderes wären. Sie sind genauso wie alle anderen auch, aber Sie sind alle einzigartig. Ja, so ungefähr. Ja, ja. Jeder ist gleich. Jeder hat die gleichen Rechte. Aber jeder ist anders als der andere. Aber jeder ist einzigartig. Aber gleich. Aber einzigartig. Aber gleich. Hat Zugriff auf erweiterte Funktionen, Vernetzung und Fehlerbewegung. Hallo Administrator. Ich glaube, Sie hätten gerne Unterstützung bei der Bedienung des Kommunikationsportals. Ich sehe, dass Sie mehrere ausstehende Nachrichten haben. Ich werde mir das sofort ansehen. Nachricht. Hallo? Wer bist du? Wo bist du? Oder bist du eine Person? Wer bist du? Weiß nicht genau. Bin hier aufgewacht. Erinnere mich nicht. Wer bist du? Selbes Boot. Okay. Können wir uns treffen. Eine Person. Weißt du, was das bedeutet? Ich verrate es nicht. Diese Orten liegt. Nie verstehe. Übersetzung flüge schlagen. Ausstehend. Sie werden eine Nachricht erhalten, sobald die Verbindung wiederhergestellt wurde. Und wusste, dass dies die Wahrheit war. Nun werde ich dir von den vielen Gefahren, die dir während deiner Reise in Stuart begegnen werden, erzählen. Höre gut zu, denn die Prüfungen, die vor dir liegen, sind gewaltig. Und wenn du dich nicht allzu würdig erweist, wirst du vielleicht niemals als die ewigen Schildfelder des... Niemals die ewigen Schildfelder des Rosieres erreichen und du könntest für immer verloren sein. Und aus dem zweiten Tod gibt es keine Erwachen. Der Schriftgelehrte brachte nun einen großen Papyrus und er faltete ihn sorgfältig vor dem Sterbenden. Und der Sterbende sah, dass es eine Karte des Duat war, die die vielen Wege zum Turm des Anubis zeigte. Indem sein Herz bewogen werden sollte. Ich sag's nochmal, das kam tatsächlich bei Moon Knight von Marvel vor. Ja, selbst da lernt man etwas. War nicht vorlesen, und zwar nicht zu viel. Für jedem dieser Wege, die sich durch das Duat fällt und wie das unendliche Garn der Nath, waren die Gefahren vermerkt, die den Reisenden bevorstehen würden. Auch gab es große Wände aus Eisen, die nur von den Göttern überstiegen werden konnten, und Tore, die aus reinstem Licht bestanden. So konnte der Reisende die ihm auferlegten Prüfung nicht vermeiden, und er konnte nichts anderes tun, als sich dem Turm zu lehren, indem er seinen Wert bewies und so den Schlüssel zu jedem der heiligen Tore verdiente. Gehen wir gleich weiter. Uno Sekunde. Chatblock Charlie 7 Blauer 4 Hey, weißt du, was total freaky ist? Charlie on the Rocks Was? Der menschliche Körper verrottet sehr schnell, sodass alle in der Chemie unseres Gehirns gespeicherten Informationen ganz schnell weg sein werden. Charlie Rocks Alter Aber Computer und Bücher sind sehr haltbar, sodass alle unsere Botschaften, unsere Ideen, unsere Bücher, das wird alles da draußen sein. Charlie Rocks Unsere Pornos Blauer 4 Sogar im Weltall Ja, unsere Pornos wohl auch. Wir werden alle verschwunden sein, aber die Werke von Aristoteles wird es immer noch geben. Und auch Star Trek Firefly Babylon 5 Herr der Ringe Blade Runner Cyber Punkt, Punkt, Punkt von Planetron 6 Shakespeare Byron Verdammt sogar Videospieler Punkt, Punkt, Punkt Overdrive 3 Seattle Punkt, Punkt, Punkt Dutch Punkt, Punkt, Punkt Cascade Die Punkt, Punkt, Punkt Von Punkt, Punkt, Punkt Berg What the fuck, man Jupp Stell dir mal vor, wer in Außerirdischen die findet Ja Genau, das habe ich mich in den letzten Saison auch gefragt Ich will nicht wissen, wenn irgendwann wirklich die Menschheit untergegangen ist und die Bücher und Videos und Filme von heute finden und Unterhaltung, was die von uns denken Archiv wächst weiter an, der Versuch Ordnung beizubehalten ist genauso schwer wie erwartet, habe diese Woche sieben Mitarbeiter verloren Statistisch gesehen, wie diese Zahl weiter steigen, muss mich auf realistische Ziele konzentrieren, nicht genug Zeit zum Trauern Statistisch gesehen, wie diese Zahl weiter steigen, muss mich auf realistische Ziele konzentrieren, nicht genug Zeit zum Trauern Ich glaube aber tatsächlich, ich werde hier auch bald Pause machen So, ein guter Zeitpunkt, wir haben gerade die 4 durch Was fehlt uns denn noch für C? Und ein grünes? Wof ist das noch? Haben wir nicht zu, Gott Haben wir nicht zu, Gott? Ge secrest du, Gott Verdiere Nad So, was hatten wir? Die drei. Die vier hatten wir. Und die fünfte. Dann nehmen wir erstmal das Grüne mit. Das Grüne. Du hast viele der Rätseln dieses Landes gelöst. Der Weg, der vor dir liegt, ist noch weit. Und viele seiner Tore bleiben verschlossen. Finde Trost in deinen Errungenschaften und im Stolz deines Schöpfers. Jetzt braucht man den Ventilator hier. Weiß nicht, ob wir den brauchen. Was wird denn hier brauchen wir? Da müssen wir hin, aber das sind nicht immer zu viele Ecken. Da müssen wir wahrscheinlich eine Kiste hier draufstellen können. Dann weiß man, dass wir das hier draufstellen. Ja, hier war die Kiste. Das hier hin. Das hier rausnehmen. Das hier wegnehmen. Ich kann mal das hier wegnehmen. Das hier wegnehmen. Das war easy. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. Musik Was ist hier drin? Äh, sieht aus als war ihr mal ein Rätsel? Oder hätte einen sein können? Äh, sieht aus als war ihr mal ein Rätsel? Ein Rätsel, außer, was? Langsam wird's bitter. Oh, egal welche Uhrzeit, schöner, heißer Cappuccino. Immer. Ich, wir beide und unsere zwei Yammer, Gemma. So, damit geht die Tür auf. Das heißt, ich muss wahrscheinlich erst mal mein Abbild das Ding hier eröffnen, damit er mir die Tür aufmacht. Ist noch einer da oben. Das ist jetzt super. Denn wie komme ich hier weiter? Wie komme ich hier weiter? Oh. Der hat hier alles im Blick. Das ist schön. Das ist schön. Das hier stören. Ah. So, das lassen wir mal kurz hier weiterlaufen. Das ist lustig. Ah. So, das ist so schön. So, da haben wir nichtsniskeits. So, das ist jetzt alles etwas drin. So, das war ich. Oh. So, dasurpose. So. So, dasнибудь da. Was jetzt sehr blöd ist, denn ich muss ja hier noch weiter nach. Ich komme jetzt hier nicht mehr zurück. Das ist blöd. Hier ist die Tür jetzt gebraucht, das geht mal nicht weiter. Oh, ich glaube, das Level muss ich nur entfahren. Okay, muss ich mir überlegen. Oh, crap, die Crap. So, dann nimmt der gleich das Ding und stört das da oben. Ich gehe zurück auf die Platte. Oh, das ist ja so. Mache ich denn das alles so? Ja, überleg mal schön. Könnte ich natürlich nicht nehmen.